Man wird begrüßt, man wird sofort mit dem Namen angesprochen, wenn ich das zweite Mal komme. Das Taxi steht vor der Tür, kann benutzt werden, also es fehlt an nichts. Diese Atmosphäre kann man nur empfinden, wenn ich in einen Raum gehe und es ist hier und ich sehe die jungen Damen und alle strahlen und alle haben wunderschöne Zähne. Und dieses Strahlen überträgt sich sofort auf uns und ich muss sagen, wir waren ja schon zweimal hier. Ich fühle mich wunderbar, ich gehe oft an den Spiegel, ich nehme den kleinen Handspiegel, ich strahle und ich spüre einfach die Passen und das ist gut. Ich kann beißen, ich kann wieder neu essen, das ist auch gut.